Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbauer von der Firma Eschbauer Forst- und Gartentechnik und heute möchte ich euch einmal die Unterschiede zwischen den Profi Heckenscheren und zwar einmal von der HSA 94 R mit 60er Schiene mit Kantschutz und hier der neuen HSA 130 R mit 75 cm Schneidgarnitur und Kantschutz zeigen. Das sind jetzt beides R Modelle, also R hier und hier. R Modell steht für Rückschnitt. Es gibt auch noch ein T Modell für den Trim-Schnitt. Da habe ich schon einmal ein Video gemacht vom T Modell mit dem Trim-Schnitt. Man unterscheidet bei den Heckenscheren zwischen Rückschnitt und Trim-Schnitt. Also Rückschnitt ist, wenn ihr eine dickere Triebe schneiden wollt, also mehr zurückschneiden, also ich sage wie so Daumenstärke und wenn sie kleine Hecken habt, also so kleine Finger oder kleiner, also Pflegeschnitt zum Beispiel, Thujen oder so. Trim-Schnitt Version ist halt bei den meisten Modellen von der Schnittgeschwindigkeit entweder entsprechend schneller oder kann man schneller stellen. Rückschnitt ist in der Regel von der Schnittgeschwindigkeit, also Messergeschwindigkeit entsprechend langsamer, hat dafür andere Übersetzung, dass er mehr Kraft hat oder kann man entsprechend langsamer einstellen. Je nachdem was für Variante von Heckenschere habt ihr grundsätzlich. Also das sind jetzt beides Rückschnitt Versionen. Ihr habt da großen Messerabstand, das heißt bis Daumenstärke kann man auch schneiden von der Schnittleistung her. Mehr würde ich euch nicht empfehlen, weil irgendwann geht es halt auf die Messer und auf die Schnittqualität. Also wenn es noch dicker wie der Daumen ist. Was wichtig ist, ihr habt bei beiden Modellen einen Kantschutz. Wenn man Richtung Boden schneidet, damit man nicht so leicht die Messer kaputt macht. Was halt auch noch Unterschied ist, im Profibereich habt ihr doppelt Messer, das heißt oben ist eine Messerklinge und unten auch. Ich kippe es einmal, dann sieht man es schöner hier. Das heißt zwei Messer schneiden gegeneinander, es werden auch beide bewegt. Bei Gegenschneiden ist dann die eine Seite nur ein Gegenschneider, das heißt rechtwinklig, also bloß abgekanteter Stahl im Endeffekt. Und hier habt ihr zwei Messer. Zwei Messer ist immer vom Schnittergebnis besser und sauberer im Endeffekt. Was auch wichtig ist, ihr habt immer auch den Sicherheitsschutz hinten, wenn man da nicht so leicht auf die Messer kommt und sich verletzen kann, wenn man abrutscht oder irgendwas auch immer. Deswegen sind die Teile hier länger. Das ist zur Sicherheit, dass man nicht so leicht mit der Hand ins Messer kommt. Sollte auch immer in Ordnung sein, wenn das beschädigt ist. Wichtig, für einen Fachhändler oder selber erneuern, wegen der Sicherheit. Also da immer darauf achten, wenn ihr so etwas habt. Das sind Vollprofi-Ausführungen, beide. Das heißt im Unterschied zu den einfacheren, ihr habt hier Metallgetriebe, Metallplatte entsprechend und hier alles stabiler gebaut. Und ihr könnt es auch schmieren. Also da gibt es als Zubehör eine Fetttube. Da schraubt man hier auf und dann kann man die reinschrauben und ein bisschen was reindrücken. Und was zu viel ist, drückt ihr hier normal beim Schneiden wieder raus, aber nicht übertreiben und reindrücken. Was leicht reingeht, ist okay. Aber nicht drücken, bis alles rausläuft ohne Anschlag, das ist nicht gut. Also da immer drauf achten. Dann habt ihr bei beiden Versionen hier einen drehbaren Griff. Das heißt, ihr zieht hier den Hebel und dreht es nach rechts oder links. Das irritiert hier auch so. Also gerade oder schräg in die eine oder in die andere Richtung. Hat den Vorteil, wenn ihr jetzt an der Hecke schneidet, wenn das jetzt die Bank die Hecke wäre, dann könnt ihr hier schön runterschneiden und müsst ihr euer Handgelenk nicht so verdrehen. So. Also ihr habt hier eine geradere Führung. Dadurch dreht sie euch wesentlich leichter. Und wenn ihr normal oben schneidet, kann man entweder so machen oder auch so, je nachdem wie hoch die Hecke ist. Also die ist halt wesentlich flexibler. Wie gesagt, Unterschied von der Baureihe HSA 94R ist das Vorgängermodell. Da hat sich aber nur geringe Sachen geändert. Ihr habt da nochmal so eine zusätzliche Wartungsöffnung. Die hat das alte Modell noch nicht gehabt. Und halt ein paar Sachen an der Elektronik und Motor wurden überarbeitet. Aber sonst ist das eigentlich vergleichbar. Auch von der Leistung und alles sind die Modelle eigentlich ziemlich gleich. Gut. Was noch bei beiden so ist. Also die haben jetzt keinen Akku-Einschub, wie bei den kleineren Maschinen, sondern das ist eine Profi-Maschine. Dadurch, dass die auch schwerer ist, weil stabiler gebaut war, ist Stiel da hergegangen und arbeitet damit an Anschluss-Kit. Das heißt, Anschluss-Set. Da kommt der Akku praktisch hier rein. So ein Kretband. Akku hier rein. Profi-Serie. AP-Akkus. Zumachen. Von der Leistung reichen da die schwächeren Akkus, weil Heckenscher braucht nicht so viel. Und das kann man hier entsprechend entweder an einem stabilen Werkzeuggurt befestigen oder man befestigt es am System von der Firma Stiel. Das ist besser, weil das ein ganz breiter Gürtel ist. Und das Trägersystem ist auch noch dabei. Hier sieht man es nochmal abgebildet. Den, wo man entsprechend da durchführt. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass man weniger Gewicht hat, wo einen sozusagen am Gürtel belastet, sondern durch die Hosenträger ist das Gewicht auf die Schultern wie beim Rucksack. Ist dann angenehmer, wenn man viel arbeiten möchte. Was ja bei den meisten Profis der Fall ist, dass die auch mal den ganzen Tag arbeiten. Also da empfehle ich das Original-Set entsprechend. Dazu zum Anschluss-Kit. Geht natürlich auch für andere Produkte. Und ansonsten gibt es auch, wenn ihr Geräte von Stiel habt, wo der Akku direkt gesteckt wird, da gibt es auch so eine Box, wo man das ansteckt. Und die Box kommt dann ins Akkuschach bei den Geräten sozusagen. Das wird bloß hier einfach reingesteckt. Hier sieht man, da ist der Pfeil. Da ist auch der Pfeil. Entsprechend hier wird bloß reingesteckt, bis es einrastet. Fertig. Mehr braucht man nicht machen. Jetzt hole ich noch schnell den Akku, dann können wir es noch schnell laufen lassen. Einen kurzen Moment bitte. So, jetzt habe ich noch einen Akku geholt. Also wichtig ist bloß, ihr braucht einen AP-Akku. Das ist jetzt aus der alten Serie, AP 180. Aber ihr könnt da die aktuellen AP 300, 300S, 500S oder 200 genauso verwenden. Also das ist egal. Ihr könnt alle AP-Profi-Akkus für das System verwenden. Das ist egal. Das ist das Schöne von einem Stielsystem. Das ist alles kompatibel. Also hier einfach aufmachen, den Gerätverschluss reinstecken, bis er einrastet. Dann hier den Gerätverschluss wieder zumachen, dass da nichts passieren kann. Wir werden jetzt ein paar bloß hinsetzen. Und dann kann man die Heckenscher schon aktivieren. Also hier einmal oben drücken. Und einmal hier entriegeln, da wo das Schloss-Symbol ist, hier, also hier nach vorne. Und dann könnt ihr unten einschalten. Und da hat es hier verschiedene Geschwindigkeiten. Oder besser gesagt Leistung und Geschwindigkeit. Ganz schnell, ganz langsam, mittel. Also das heißt, wenn ihr dünne Triebe habt, dann fahrt ihr die höchste Messergeschwindigkeit. Wenn ihr dickere Triebe habt, fahrt ihr langsame Messergeschwindigkeit. Dann derrt sie euch leichter. Also wichtig ist immer, man muss hier entriegeln, dass man vorne ist. Und dann kann man hier die verschiedenen Geschwindigkeiten durchschalten. Entweder im Stand oder unter dem Laufen. Bei dem anderen Modell ist das das Gleiche im Prinzip. Stecken wir mal um. Hier kann man wieder ausschalten, nach hinten. Dann ist es auch verriegelt und gesperrt, damit man nicht versehentlich einschalten kann. Den einfach nach hinten rausziehen. Beim anderen anschließen. Da ist das Gleiche. Aus. Entriegelt. Beide Hebel drücken. Und wenn da entsprechend ein Triegel ist, kann man einschalten. Da einmal drücken. Und den vorne natürlich auch drücken. Wenn ihr vorne gedrückt habt, geht es hinten auch nicht. Also man hat praktisch eine Mehrfachverriegelung. Vorne den und unten einschalten. Heute muss man bloß den unteren dann und vorne. Von der Lautstärke sind sie eigentlich beide ähnlich. Die neue ist ein bisschen lauter von den Werten her. Also die hat 97, die hat 96. Wie gesagt, hier haben wir jetzt das kurze Messer. Hier das lange Messer. Es gibt im Endeffekt vier Varianten von der Profi-Maschine. Also die 130er, die aktuelle gibt es als R, also Rückschnitt. Als T, Trim-Schnitt. Da habe ich euch schon mal mit einem anderen Video gezeigt. Und dann gibt es das halt in lang oder in kurz. Das heißt, kurz wird die da, wird die Vorgänger, die 94R mit 60, 600er Schiene. Oder in der langen Version mit 750er Schiene. Also 750 Millimeter Länge. Oder mit 600 Millimeter 60 Zentimeter entsprechend. Also die könnt ihr euch aussuchen. Drehbahn, Griff haben alle. Profi-Ausführung, Metallunterbau haben auch alle Ausführungen. Ich verlinke euch im Anschluss vom Video die verschiedenen Modelle. Auch das Anschluss-Set, wo ihr braucht. Akku gibt es natürlich als Zubehör. Findet ihr bei der Heckensche als Zubehör die verschiedenen aktuellen Akkus. Wie gesagt, die Tasche und auch das Gürtel-Träger-Set. Also wichtig, ihr braucht immer Anschluss-Set, wenn ihr das noch nicht habt für diesen Maschinentyp. Wenn euch gefallen hat, wie immer. Macht es ihr, gefällt mir. Liked es mir, abonniert es mir. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön. Das war's für heute. 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 Vielen Dank.